Hallo, wir hatten heute einen super Tag mit Memphis Tour, Tagesausflug nach Flustor. War eine tolle Sache, wir hatten einen super Reiseleiter, der Asit hat sich voll um alles gekümmert, hat einen tollen Fahrer, ein neu schauberes Auto und einen spitzen Reisepührer auch, der sich ganz kompetent ausgekannt hat. Können wir nur empfehlen, wir sind auch jederzeit wieder da. Memphis Tour, super!